herzlich willkommen zu einem neuen top 7 heute die sieben teuersten uhren der welt los geht's sie sind aus platin rotgold oder silizium mit juwelen verziert und kosten mehrere hunderttausend euro diese luxus ohren denn jede rolex in den schatten auf platz nummer sieben der klassische mechanismus des ewigen kalenders wird in diesem modell neu umgesetzt statt auf einem hilfsziffernplatz zu verwenden werden monate auf einem außenliegenden ring angezeigt so dass sich keine anzeige mit einer anderen überschneidet der tourbillon ist durch den sapphire glas boden zu erkennen preis circa 264.000 euro auf platz nummer 6 hublot mp05 la ferrari die mp05 la ferrari wurde von ingenieuren und uhrmachern der manufaktur hublot zusammen mit dem autobauer ferrari als homage an den gleichnamigen sportwagen gestaltet die uhr besteht aus 637 werkteilen verfügt über einen tourbillon und elf in serie gestalteten federhäusern die in der mitte angeordnet sind mit ihrer gangreserve von 50 tagen umgerechnet sind das ganze 1200 stunden stellt die uhr einen neuen weltrekord auf preis circa 273.000 euro auf platz nummer 5 grubel 4c double tourbillon 30 technique in diese uhr ist ein um 30 grad geneigtes doppel tourbillon integriert das metall des gehäuses besteht aus platin oder rotgold 5n das uhrwerk ist aus schwarzchrom präsentiert wird der double tourbillon technik 30 in zwei limitierten edition mit 22 exemplaren mit 385 farblich aufeinander abgestimmten teilen preis circa 491.000 euro auf platz nummer 4 harry winston historie de tourbillon 5 das fünfte modell der 2009 gestarteten serie historie de tourbillon ist ein echtes unikat die hw 4303 sind 57 juwelen integriert im inneren sind 381 einzelteile eingesetzt die minuten und stunden werden jeweils auf einzelnen scheiben angezeigt die uhr besteht aus 18 karätigen weißgold und umfasst einen durchmesser von 44 mm und eine höhe von 14,8 mm eine weitere besonderheit dieses modells ist die wasserdichte mit bis zu 20 metern außerdem bestehen sowohl glas als auch sichtboden aus saphir glas das ziffernblatt gibt es in verschiedenen farben preis circa 588.000 euro auf platz nummer zwei richard mill rm 031 high performance die rm 031 high performance ist auf zehn exemplare limitiert und mit rund 800.000 euro die zweitteuerste uhr der welt mit diesem modell wollte richard mill das mechanikmerk mit dem gleichmäßigsten gang der welt hervorbringen die mittlere gangabweichung sollte unter 30 sekunden pro monat liegen jeder käufer erhält zudem ein integriertes leistungszertifikat auf dem die testergebnisse in den verschiedenen fertigungsstadium bescheinigt werden in das 6,35 mm modell sind außerdem 36 juwelen eingebaut preis circa 831.000 euro und auf platz nummer eins der teuersten uhren der welt die roger dubios excalibur aus der genfer manufaktur roger dubios ihr 58 mm großes gehäuse besteht aus einem reinen silizium das etwa halb so viel wie titanium dafür aber viermal so hart ist in die uhr ist außerdem ein hauseigenes handaufzugskaliber rd 101 mit 590 komponenten integriert angezeigt werden die stunden minuten und die gangreserve ein sekundenzeiger hingegen fehlt preis dafür für dieses spitzenmodell circa 870.000 euro ja würdet ihr öfters kaufen wenn ihr geld hättet oder habt ihr schon gekauft ich würde es niemals tun vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten video tschüss was Untertitelung des ZDF, 2020